Interviewgast in Folge 1 von Coach Reporter ist Monika Hüsken aus Neuss. Nach einer kurzen Vorstellung erklärt Frau Hüsken, wann und wie sie die Entscheidung traf, Coach zu werden. Danach unterhalten wir uns über die Zielgruppe, an die sich Frau Hüsken mit ihrem Coaching-Angebot wendet. Dieses Zitat habe ich auf der Webseite von Frau Hüsken gefunden und deshalb frage ich Sie, wie sie Menschen dabei unterstützen kann, dieses Potenzial abzurufen, um auch ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen. Frau Hüsken bietet auch Mediation an. Im Gespräch erläutert sie, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Die Bedeutung von Web 2.0 und sozialen Medien steigt in vielen Branchen und deshalb sprechen wir kurz darüber, welche Rolle diese Formate für Frau Hüsken in ihrer täglichen Coaching-Praxis spielen und wie sie die zukünftige Entwicklung im Coaching-Bereich sieht. Zum Abschluss gibt uns Frau Hüsken noch einige Buchtipps. Das Interview mit Frau Hüsken finden Sie auf Coach Reporter unter www.coachreporter.de-001-monika-hüsken Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.